Und damit herzlich willkommen zum 23. Türchen am 23. Dezember 2022 Wir machen das nächste Türchen des Dartpool Adventskalenders auf und der Fokus stimmt. Wir gehen rüber. Ich hoffe, da ist nichts Teures drin. Es ist eine Tasche. Als hätte ich das gewusst. Wie perfekt passen denn meine Darts zu diesem Case? Wie geil ist das denn? Es ist sogar echt hochwertig. Das ist wirklich so ein Ding, wie die Pros haben. Also ich bin natürlich ein Pro, aber ich habe sowas noch nicht. Jetzt kann ich die Tasche von vorgestern in diese Tasche reintun und damit aufs Turnier fahren. Stellt euch das mal vor. Zack, zack, zack. Alles dabei. Ne, jetzt mal ernsthaft. Es ist wirklich eine geile, hochwertige Tasche. Ohne Flachs, wenn ich damit nicht auf mein erstes Turnier steppe, dann weiß ich auch nicht. Also wenn ich auf ein Turnier gehe, dann damit. Ich finde die Farbe auch cool. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns morgen beim 24. und dem letzten Türchen des Adventskalenders wieder. Und weil wir heute keine Darts geschmissen haben, gibt es morgen ausführliches Gameplay. Einen haben wir noch. Bis morgen. Tschüss. 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 Tschüss.